Grüß euch alle miteinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor unserem Hormspur gegen Viktoria Köln. Die Kölner haben seit 5 Spielen auf 4-2-2 systematisch umgestellt. Vorher haben sie Systeme mit Dreierkette gespielt. Der Olaf Jansen setzt die Pressing-Linie gegen spielstarke Gegner eher niedrig und gegen Teams, die sich im Aufbau eher schwer tun, eher hoch. Dem angepasst ist die Defensivlinie. Wenn Köln selber in Führung geht, nehmen die normalerweise gegen einen Ball etwas Druck raus. Liegt Köln zurück, werden auch spielstarke Teams hoch anglaufen. Bei eigenem Ballbesitz versuchen die Kölner im Positionsspiel immer spielerisch zu agieren. Das heißt, Eröffnung über den Innenverteidiger, dann vertikal über Halbposition und Flügel nach vorne. Sobald die in der gegnerischen Spielfeldhälfte sind, versuchen sie in die Zentrale bzw. die Halbzentrale zu kommen, um dann, wenn es im letzten Drittel sind, die Penetrationen der Box entweder auf kurzem Weg steil oder mit diagonalem Spiel über die Außen dorthin zu kommen. Dadurch, dass Köln einen Außenverteidiger immer vorschiebt und die Mittelfeldaußen auch gern weit vorne agieren, sieht man im letzten Drittel dann eine 3-4-Formation meistens. Sehr unberechenbar ist da dieser Luca Marseiler, den übrigens Nürnberg anscheinend im Fokus hat. Der ist sowohl bei der Vorbereitung als auch im Abschluss eine sehr zentrale Figur bei den Kölnern. Grundsätzlich kommt Köln selten über Flanken von außen. Das ist das Team mit den wenigsten Flanken überhaupt. Das heißt, Olaf Jansen befürchtet beim Bespielen vom letzten Drittel und bei der Penetration von der Box klar das spielerische Element. Dribblings, Kombinationsfußball von außen oder eben steil über die Halbräume, diagonal aus der Mitte nach außen und dann kombinatorisch in die Box. Wenn Köln sich dann in die Box hineingespielt hat, ist es relativ gefährlich, egal wo der Ball ist. Die treffen auch aus nicht so guten Positionen heraus, deren statistische Trefferquote liegt 14% über der Chancenqualität. Im Pressing gegen am Ball schaut es bei den Kölnern so aus, dass sie meistens mit zwei Spielern auf vorderster Linie und drei dahinter diagonal versetzt agierenden Spieler anlaufen. Sobald der Gegner dann auf dem Flügel rausspielt, weil er dem zentralen Druck entgehen will, schiebt einer von den drei Spielern dahinter nach vorne und erhöht somit den Druck auf den Flügel im Pressing. Kommt der Gegner durchs Pressing durch, verschiebt sich das System zunächst auf eine ballfern asymmetrische Defensivformation, bei der das 4-4-2 dann wie ein 3-5-2 ausschaut, wird ein sehr kompaktes Zentrum geschaffen dadurch und der Gegner häufig auf den Flügel gezwungen. Schafft man es dann bis ins letzte Drittel, verteidigen die Kölner ihre Box mit zwei klaren Linien im 4-4-1-1 oder 4-5-1. Sie verdichten relativ gerne auf der ballnahen Seite, das heißt da wird es dann brutal eng, das lässt allerdings Möglichkeiten für Seitenwechsel oder diagonales Spiel. Wie man die Kölner knacken kann, habe ich leider kein Patentrezept, dafür sind die offensiv wie defensiv zu variabel. Der wichtigste Faktor wird die Konzentration in der Defensive sein, vor allem den Masseiler, der bei Angriffen oft mehrere Ballkontakte hat, muss man irgendwie schaffen aus dem Spiel zu nehmen. Um selbst zu treffen, braucht man a gute Raumaufteilung im Zentrum, weil das auf der Kölner Seite eben auch gegeben ist, das heißt diagonale und vertikale Verschiebungen in alle Richtungen, um die Kölner aus den Positionen zu ziehen und dann präzise die Räume bespielen, kann ein Hebel sein. Präzision, Passfrequenz und Laufintensität müssen im Angriffsspiel wirklich auf höchstem Niveau sein. Durch intelligente Befreiungsaktionen aus den Verdichtungssituationen, wenn man auf dem Flügel ist, kann man die Kölner dann auch mal überraschen. Beim Umschaltspiel nach gelungenen Balleroberungen vor dem eigenen letzten Drittel, kann man, wenn man präzise ist, dann, wenn Köln die eigene Offensive überladen hat, auch was reißen. Hier ist auch die Präzision und die Geschwindigkeit absolut entscheidend. Stärken und Schwächen vom System entnehmt bitte der Taktiktafel, die ist am Freitag ab 11.45 Uhr online. Kommen wir zu den Schlüsselspielern. Da hätten wir im Tor den Ben Voll, der ist 23, 1,05 Meter groß, beherrscht seinen Luftraum sehr, sehr gut. Leichte Schwächen hat er in Eins-gegen-eins-Situationen, die allerdings von der Abwehrkette relativ selten zugelassen werden. Er ist ein solider, jetzt nicht unbedingt überragender Torhüter in Liga 3. Man braucht drei gute Schüsse auf den Kasten im Schnitt, damit man einmal ein Tor erzielt. In der Abwehr haben wir dann den Jeremias Lorch, der ist der stärkste Innenverteidiger von Viktoria, hat 73% gewonnene Defensiv-Zweikämpfe, brutal gutes Stellungsspiel und eine Variabilität, wodurch er auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist. Er ist auf jeden Fall eine tragende Säule im Defensivverbund der Kölner. Die Spieleröffnung läuft allerdings eher über den Michael Schulz. Im Mittelfeld haben wir dann den Stefano Russo, der ist ein defensiver Mittelfeldspieler eigentlich, aber ganz klar mehr als nur so ein Abräumer vor der Viererkette. Dem sein Bewegungsradius geht deutlich über die Mittellinie raus. Er ist oft auch das auslösende Element bei den Attacken aus der eigenen Hälfte heraus. Der hat eine wahnsinnig gute Übersicht, super Auge für sich entwickelnde Spielsituationen. Das Passspiel sowohl bei Pässen ins letzte Drittel als auch bei Pässen im Strafraum ist wahnsinnig gefährlich. Er setzt meistens dann auch den Impuls, wo die Attacke dann das Tempo aufnimmt bei den Kölnern. Trotzdem liegt sein Hauptaugenmerk auf der Defensive im Zentrum vor der Viererkette. Er gewinnt ca. zwei Drittel von seiner Defensivduelle, ist brutal Kopfballstark und verfügt über ein wahnsinniges defensives Stellungsspiel. Im Sturm haben wir dann den schon erwähnten Luca Maseiler. Der ist der absolute Dreh- und Angelpunkt in der Kölner Offensive, sobald es ins letzte Drittel geht. Nominell ist er als Halbstürmer oder auch als hängende Spitze im System. Allerdings spielt er eher so diesen klassischen Trequatista. Das ist ein Spieler, der alle offensiven Freiheiten auf dem Platz hat. Die nutzt er auch extrem gut aus. Er spielt viele Pässe, die die Penetration in die Box vorbereiten. Gibt die meisten Schussvorlagen für seine Mannschaftskollegen. Bei den Second Assists, also den vorletzten Pässen, vor einem Treffer führt er in der Liga die Rangliste an. Er ist der beste Torschütze, der beste Vorbereiter in der Liga-weiten Rangliste auf seiner Position. Er hat hinter dem Mause von Ingolstadt Platz 2. Dribbelstark, torgefährlich, passsicher, strahlt er bei jeder Aktion brutal viel Gefahr aus. Den muss man irgendwie aus dem Spiel nehmen. Noch dazu hat er jetzt wegen der Gelb-Rotsperre eine Woche Pause gehabt. Das heißt, der geht ziemlich ausgeruht in die Partie und wahrscheinlich ist er, weil er früher mal bei Haching gespielt hat, auch extrem motiviert gegen die 60er. Kommen wir zum Fazit. Ja, gegen Köln müssen wir was Zählbares mitnehmen. Daheim kann es gar nicht anders gehen. Die Mannschaft muss mit höchster Motivation, Einsatzbereitschaft und Gier nach Punkten auf den Platz kommen. Ich denke, dass das zwar ein brutal schweres Spiel für unsere Mannschaft wird, aber zu Hause wird man es schon schaffen, dass man die Kölner Paroli bieten und eine Revanche für die Niederlage im Herbst nimmt. Wichtig wird es halt sein, die offensiven Spieler im Mittelfeld zu kontrollieren. Und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft das umsetzt, was der Trainer vorgibt. Gibt es keine weitere Niederlage. Ich wünsche allen ein gutes Spiel, viel Spaß dabei im Stadion, auf der Couch, in der Wirtschaft, wo ihr es auch immer anschaut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, bevor wir dann auswärts in Regensburg antreten. Bis dann, führts euch! ... ... ...